Ich bin gespannt, wie das Ending hier wird. Route 96 Wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen. Geht aber auch keines, also bleibt uns nicht bewegt um die Berge. Oha! Wir sind Helikopter, wo wir sind. Gute Idee. Es wird noch safe über die Berge glättern. Okay, hier können wir nicht langen. Hier kommen wir wieder zur legendären Höhle. Hier kommen wir wieder hin. Hier kommen wir wieder hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 standen wir dazwischen. Ich glaube 1 oder 2 standen da schon. Wir können es erholen. Geld für andere dienen lassen, wir haben keins. Wenn die Person etwas gibt, das ist eine gute Idee mit dem Stein. Wäre noch toller, wenn man sich etwas herunterlegen könnte für einen späteren Run. Wir hatten schon einen Run, wo wir mit dem... Wir wollten am relativ reichen, wo wir durchgelaufen sind. Jetzt kann man etwas machen. Man spendet es ja für andere. Für NPCs. So, wieder eine Grenze. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier rüber kommen. Ich würde so gerne nochmal die Berge ausprobieren. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich würde so gerne nach euch machen. Ich würde diese Schritte nicht verlieren. Oh! Das wird jetzt sehr gut sein. Wenn Historiker auf diesen September 9, viele werden es den wichtigsten Tag in der Geschichte der Petrie. Das ist gut. Der ganze Land wird sehen. Ich verstehe. Die Zeit, um zu arbeiten, ist jetzt. Oha! Intelligenz sagt, die Brigaden versuchen etwas zu tun, Herr Präsident. Wenn sie tun, dann werde ich sie einmal und für alle. Natürlich, ich werde hier jeden Tag, reportant live zu hören. Das war Sonja Sanchez für G.N.N. Und gut! Du machst ihre Haare, ist das es? Ich mache sie nicht. Ich mache sie nicht. Ich mache sie nicht. Wir denken, ihre Haare ist großartig. Schau, Sonja sieht niemanden gerade jetzt. Auf den Mann. Hi, kid. Dieser Mann, der will uns nicht sehen, Sonja, und denkt, wir sind Fans. Wir sind wir, Stan? Wir sind... Wir sind mehr als das. Wir sind sie größer Fans. Nice, Stan. Oh. Wir sind sie. Wir sind sie. Wir sind sie. Und wer bist du? Na, wer bist du? Na, wer bist du? Na, wer bist du hier? Das geht für dich auch. Kommt, Mitch. Wir haben die Haarestylist's upset. Wir sprechen mit Sonja später. Oh. Du bist... Du... 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 Kan ausλεut. Du... 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 Du? Du... Weill... Du... Wir holen. Er wird gerade aufgeben. 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 Der wollte gerade Die große Familie Das bleibt nur die Brigade Zeit, um die Hände aus dem Schneck zu drehen Oha Schnecke und Trinken? Kann ich dir überhaupt nicht helfen? Ich habe kein Geld Ach, wisst du was? Danke dir und viel Grunst, Grunst Ich habe noch einen guten Ich gehe mal über das Gebirge Den Weg haben wir noch nicht gegangen Klettern und über den Gipfelweg überqueren Klettern würde ich mal sagen So viel fallen nicht Hm, volle Energie noch Steine zu füllen Steine zu füllen Ich habe noch nicht Schlafen Ich habe noch einen Ich habe noch einen Schlafen Oha! Weit, weit oben! Springen überqueren! Oh, Kacke! Oh, bitte! Nein! Puh! 100% wäre sicher gewesen. Ich habe das Risiko weit hergenommen und es geschafft. Oha! Wo gehen wir denn hier lang? Jetzt bekommt ihr langsam Skyrim-Feeling. Oha! Da ist eine Rühle! Ach du Scheiße! Da habe ich mich erschreckt. Vor der Startruhe. Der Motorstein, das müssen wir essen! Oha! Ich bin durch die Regeln. Ich schätze mal hier gehts lang. Auf in den Sonnenuntergang. Beziehungsweise Aufgang. Der Stromkasten. Fest vom Springstoff, der möglicherweise bei dem Bombenanschlag 1986 verwendet wurde. Aha! Der Stromkasten. Der Stromkasten. Ja, der Stromkasten. Ich kann doch vielleicht die Mauer damit wegmachen. Nein. Nur nicht. Du gibst noch die Idee. Ach du Scheiße! Wow, sieht aber schön aus. Wow, da unten in der Stadt. Da ist das Schwarz. Jetzt wird die Lücke. Wow, was machen wir so weit oben? Das ist so crazy. Ich will erst mal schlafen. Erholung können wir gebrauchen bei dem Aufstieg. Wie weit hinauf geht es hier noch? Das ist ja mega. Ja, dass wir das nicht früher probiert haben. Ich hoffe, wir haben hier nicht das Ending. Das ist doch mal irgendwie gefallen. Gut, dass meine Energie ganz hoch ist. So, nicht mit lauer Energie. Das Ending hätte es nicht hinkriegen können, wenn man mit lauer, mit, 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 mit kaputt, mit kaputtener Energie ankommt. Da muss man schon, man hat den Riegel noch, aber man muss schon relativ hoch sein. Okay, wie kommen wir da hin? Das ist ein Riegel. Das ist ein Riegel. Ein Bightpack. Das wird vielleicht gebrauchen. springen ist immer sehr gefährlich den Berg sollten wir aufpassen wir sehen ihn oha Freiheit. Nichts ist mehr wichtig. Aber es gibt noch viele andere in Petra, die es noch suchen. Und ihre Reise haben nur gerade begonnen. Wir spielen direkt weiter. Episode 7. Die finale Episode. Befürchtet diesen Diderwan. Wir können die beeinflussen. So wenige Wunden. Wenn Sie keine Informationen haben, bitte kenne die Sonja Hotline. Tja. Die 12 Tage, die 23 Tage, die 18 Tage. Ich habe alle kein Geld. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Wir werden die beiden weg von der Grenze. Die Hotline ist 24 Stunden, 7 Tage pro Woche. Lass uns diese Team zurückbringen. Hm. Mit dem wollen wir das Finale bestreiten. Die Hotline ist 24 Stunden, 7 Tage pro Woche. Lass uns diese Team zurückbringen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Und das hat er auf dem Weg gebracht. Oha. Wir wissen nicht, was hinter den verschiedenen Wegen steckt. Ah. Ich habe ihn. Nein. Okay. Okay, das ist so ein Hütend. So, hier geht's. Hm, die Kassette die wir schon haben. Und wieder Autoschlüsse. Großartig. Liebe Meriden, ich hasse es, von Brigaden der Abschau ausgenutzt zu werden. Als Patriote will ich die Hotline anrufen. Das ist meine Pflicht. Aber ich habe Angst davor, was sie mir dir oder den süßen Ruta Vega antun werden, wenn ich das tue. Und wie sehr wünschte ich, ich wäre stärkerer. Ein stärkerer Mann. Wie sehr wünschte ich, ich wäre mehr wie Tyrek. Und von den großen Randolf. Randolf ist auch der Name. Geld für uns. Und jetzt. Papier. Schon handeliert. Was willst du, Kind? Wenn du Essen willst, dann bitte. Sorry, nur ein Truck wird dir geholfen. Und jetzt. Aha. Schlüsse stehen. Wenn das schief geht. Das ist Big John. Ich habe Dinge über ihn gehört. Schade Dinge. Das Prozent sind wenig. Schade Dinge. Jägen. Das ist eine Verbesserung für Tierrack. Für sich für seine Herausforderung. Was ich sagen. Jetzt von hier Passt um. Oh, oh. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Du, 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 du Ich brauche Energie So, noch 16. Das ist doch teures Zeug Ich sage das noch einmal! Hör auf mich, Robert! Du hast ein Kind für dich eine Bombe gemacht! Bist du dumm? Wenn irgendwas passiert zu ihm, ich komme für dich! Entschuldigung? Kind, das ist ich. Können wir sprechen? Nein, nein! Entschuldigung, bitte! Du willst nicht das machen! Ich weiß was ich euch versuchte, aber du kannst nicht das machen! Bitte! Entschuldigung! Hallo? Hallo? Oh Gott! 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 Das ist Misch! Oh Gott! Und doch! Oh Gott! Was gibt's? Okay, нес rapping dir zu 20분 der robeuten? So und dann! Oh Gott doch! Gーー! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wenn ich mich emotional bin, ich essen. Was kann ich sagen? Hey, ich habe all diese Füße. Machen etwas. Hey, fühlen Sie besser? Sieht noch wie du ein Marathon in der Desart. Ich habe eine Idee. Warum nicht du auf die Zs in meinem Riege? Ja. Ich kann nicht nur auf der Vertrauen, das weiß ich doch. Hey, es ist Zeit für dich, junger Junge. Entschuldigung, dass du dich so fühlst. Wie warst du? Schön, zu hören. Wie warst du? Er ist der Mann, den ich auf der Telefonkarte hatte. Das ist lustig. Ich habe ihn damals als Freund. Er fragte die Kindheit eine Bombe zu bauen. Ein Fisch verletzt, weil er... mit Max. Und der Alex. Und der Alex. Ha. Das war's. Das war's. Ja. Alex. Alex. Nachdem. Ich habe ihn beim Rieger. Das war's. Und ich habe, aber ich habe meine Grunde. Ich habe ihn mit der Bekripte überdelten. Ich habe ihn mit der Biologischen Eltern zu erzählen. Ich wusste mich. Ich bin mit der Brigade in den Bekripte. Ich habe ihn mit dem. Aber ich brauche deine Hilfe Danke, Junge. Der Junge wird mir nicht hören. Aber vielleicht wird er hören, wenn du ihm eine Anruhe auf dem CB Ich... Ich weiß nicht Aber ich bin ehrlich, und nicht mit ihm sprechen Wir müssen ihn entfernen von Robert und die Bombe Ein paar Leute können sich verletzen, wenn wir nicht Naja, ich weiß ja nicht Schon, aber... Ist vielleicht die letzte Möglichkeit hier, den Scheiß zu binden Die CB ist in fronte Mhm Ich bin jetzt John Ich weiß, dass er John kennt Ich bin jetzt nicht mehr Ich bin jetzt nicht mehr Ich bin jetzt nicht mehr Aber warum sind wir hier? Ich weiß nicht. Er hat dir gesagt, was ich für Robert zu tun? Du weißt, du weißt, dass er eine Bombe töten kann, dass du nicht das Wort dich ausnutzt. Was ist das Kino-Film für dich? 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 Ja, John macht sich Sorgen. Das ist die richtige Antwort. Was ist das Kino-Film für dich? 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 Tja... Ja, mach das. Was ist das Kino-Film für dich? Was ist das Kino-Film für dich? Nein, nein. Entschuldigung, Junge. Bitte, entschuldige mich. Ich möchte mehr wissen. Aber nicht von dir. Ich werde fragen, Robert. Bitte, Alex. Nein! Verrückt, verrückt, verrückt! Nichts zurück, die Bombe bauen. Das war eigentlich klar. Hm. Du hast was du konntest, Junge-Bud. Es ist alles meine Schuld. Der hätte ich, glaube ich, auch nicht mehr viel machen können. Das war wohl noch viel echt. Ich habe, lange nicht mehr in ihrer Kino-Film für dich. Was ist das Kino-Film für dich? Du hast wirst du dich? Du hast wirst? Ja, ich werde dich. Du hast wirst. Du hast wirst. Du hast. Du hast du eine Koniere. Du hast wirst. Du hast es hier. Du bist. Du hast du Stirling. Du hast es. Kommst zu. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018